Guten Tag, werte Freunde, wir fahren uns auf Park und stehen in der Wald. Wir sind an der Schule angekommen und hier kommt eine Cutscene. Du bist in der Entspannung, jetzt beginnst du dein Zuhause zu machen. Ich habe alle die Tür geöffnet und ich habe die Halldurchmonitoren, die in der Zeit arbeiten. Niemand wird heute sterben, Craig, okay? Du bist in der Schule, du musst verpflichtet werden. Oh mein Gott. Wir werden dir sehen, du verrückte Hände! Wenn wir mal schauen, kannst du deine Vangie benutzen, deine Waffen... Wenn du ein grünes Funken siehst. Okay. Das werden wir doch gleich probieren. Das ganze mit Y. Bam. Alter. Oh mein Gott. Das ist stark. Ich glaube, ich hätte dir das nicht machen sollen. Halt die Fresse. Scheiße. Wie geil. Die ganze Sport-Auszeichnung. Jetzt habe ich mich schon im Kartell eingestellt. Ich sage es jedes Mal. Es ist jedes Mal dasselbe. Na gut, gehen wir hier rein. Was erwartet uns hier? Basement. Ah. Okay. Das heißt, ich muss jetzt... Hallo? Hallo? Das bedeutet, ich muss jetzt den Drachenschleim machen. Ich liebe diese Attacke. Okay. Ja, ich habe es begriffen. Okay. Okay. Okay, also wir müssen in die Cafeteria. Ach. Ich hätte ihn... Hier? Schießen und dann hier? Ja. Leider. Schade. Okay. Was kann der eigentlich? Hammer der Gerechtigkeit. Schauen wir mal. Hä? Das ist eine Attacke die ich nicht verstehe. Oh mein Gott. Scheiße. Egal. Der macht ja gar keinen Schaden mehr. Und tot. Okay, was haben wir hier? Da war wieder was zu klinken. Besorge den Messingsschlüssel. Ah ja, ich weiss schon wieder. Halte LB gedrückt. Ziele mit L oder R auf das Begleitersymbol. Okay. Oh mein Gott, ich bin verwirrt. Stirb. Warte. Okay, also. So, welcher zu befehligen? Allerdings wissen wir jetzt offenkundig, dass ich die Candy brauche. Oh mein Gott, wie wechsle ich nochmal? Oh mein Gott. So, ich werde zu befehligen. Und jetzt mach was. Oh mein Gott. Witzig. Okay. Gehen wir wieder zu Ballast. Das heißt, jetzt wieder schießen. Und jetzt können wir offenkundig das hier runterfallen lassen. Und BAM. So. Du kannst den Brass-Key von meinen kohlen Händen nehmen. Der Welkerball. Welkerball. Drift für zu... okay. Ist besser als der Boden. Deswegen rüsten wir den mal aus. Was haben wir hier? Ruidenkrone. Würde ich gerne ausrüsten, geht aber nicht. Deinen P, wenn du gehalt wirst, stelle ich deine Maximum P um 1. Moment. So. Perfekt. Mich nervt das, wenn das immer so angezeigt wird. Wir können jetzt einen Mana-Trank nehmen, dann ist unser Mana oben rechts voll. Das bedeutet, wir können furzen. Du kannst den Brass-Key von meinen kohlen Händen nehmen. Okay. Atem das Drachen. Nice. Okay, was ist das? Dreher L, dann drücke A wenn du den Blitz siehst. Achso. 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 Oh boy, this is neato up! Mehr operatoren! Wir holen die Gewalt aus hier! Dammit, diese Monitörer müssen nicht mehr spielen! Er hat die Brass-Key! Er ist eine Art von Dragonborn! Jetzt schau, das ist Zeit, nicht Zeit für Dungeons & Dragons! Außerdem wird er nicht in hier sein, denn um die Tür zu öffnen, braucht man die Gold-Key. Und die einzige Möglichkeit, die Gold-Key ist durch die Silver-Key. Okay, und wenn er die Brass-Key hat, er noch nicht über die Boss-Level. Okay. Du hast den Brass-Key! Er hat den Schlüssel! Perfekt! Okay, machen wir das hier auf. Machen wir das hier auf. Können wir hier durch? Nein! Oh mein Gott, dieses Skelett! Da können wir nicht rein. Da können wir nicht rein. Das können wir aufmachen, aber es bringt nichts. Dann können wir... Okay. Machen wir das hier auf. Okay. 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 Das können wir schon abmachen. Und das hier abschießen. Jetzt fängt das. Okay. Okay. Was? Versteh ich nicht. So, der geht jetzt hier her. Jetzt können wir den Typ. Okay. Rauben wir ihn aus. Rauben wir ihn aus. Gehen wir zu ihm. Ach so. Stimmt. Jetzt muss ich ihn. Jetzt... Genau. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Ja klar, Mann. Danke. Ich dachte ich war ein Gauder. Es waren zu viele von ihnen. Es waren zu stark. Seine Haare waren zu roh. Vielleicht kannst du den Silber-Key und den Gold-Key finden. Du kannst du zufrieden, wo ich habe gefehlt. Freie Mackies Prisoners! Silber-Schlüssel! Öffne Mackies Büro. Das werden wir tun. Offenkundig. Nein, lassen wir das jetzt wieder. Wo ist dieses Büro? Ich hoffe, dass der Gold-Key da drin ist. Oder sonst ist die Silber-Key da drin. Alles für nichts. Beantächtig, Juistbag. Das ist Mackies Lair. Einen falschen Schritt und wir können uns in Entenung enden. Da oben ist der Key. Habe ich eigentlich schon irgendwas mit einem Sockel? Das würde mich jetzt interessieren, weil das würde den Kampf erheblich vereinfachen. Nee, alles noch nicht. Nee, da kann ich noch gar... Da kann ich sogar schon was dran. Ja, ist okay. Ich sehe das nicht, wenn du da bist. Also schleiche dich. Fügt bei perfekten Angriff, du kriegst 10% Schaden hinzu. Und fügt bei perfekten... Ah, das kann ich noch nicht, okay. Gebt mir jetzt Schlüssel. Gold-Key! Ich sehe das nicht. Ja, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Na, ich sehe das nicht. Das ist weit genug, Intruder. Wo ist dein Hall Pass? gut leute das ist der erste der erste boss falsch, Idiot. Oh mein Gott, ich mache hier gar keinen Schaden. So, es wird Zeit für einen Tempotrank, und zwar auf mich. Ihr habt richtig gehört, auf mich, denn jetzt werden wir das hier machen und das trifft beide. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr? Soll ich mal die Ball probieren? Mach mal das hier. Jetzt ist der betäubt. Okay, jetzt machen wir den hier. Perfekt. Perfekt. Aua. Perfekt. Äh, badass, wir müssen dich mal heilen. Oder auch. Ja. Aber jetzt machen wir den Tempotrank auf mich. Ähm, probieren wir mal den Ball aus. Wenn eine Waffe blinkt, ähm, okay. Oh mein Gott. Badass. Was? Nein. Achso, ja, das passt schon. Okay. Okay. Stirb mal rein. Badass, heil dich bitte. Aduhn, Angriff. Solider, sehr solider. Spinschlüsse der Gangaufsicht. Wo kommen wir rein? Keule der Heilung. Ach, hier oben hätt' man, hätt' man auch abschießen können. Okay. So, was war das? Keule der Heilung. Was ist das? 10% Schaden hinzu. Schwer, ah, okay. 13 plus 18 mal 3. Okay, das wird genau dasselbe machen. Ähm. Nur, dass ich dann 20% Schaden hätte bei Proze... Ähm. Leute. Es wird ernst. Und jetzt muss ich ganzes was. Ja. Ich füre mich, Craig. Wer hat mich vor Schaden. Wie? Worst du sein? Was ist dein Name? Ich bin nach K estadstin. Das war's für mich. Ich bin nicht da. Fähigkeit schauen wir nach einem perfekten Einsatz, also bewirken wir einen mit mehr Schaden. Machen wir das hier mal. Okay, das bedeutet wir können jetzt eine Level 4 Waffe anlegen. Das bedeutet dies hier. Macht mehr Schaden natürlich. Ja. Bildszauberstab ändern, ablegen, alles entfernen, ja. So, jetzt können wir nämlich das hier ändern. Und das hier ändern. Und beim Ball können wir jetzt das hier drauf machen. Genau, jetzt können wir auch die Druidenkrone drauf geben. Du hast hier doch eine 2 MP. Das ist jetzt schön, ja. Auf jeden Fall besser. Brief an Craig, okay. Gehen wir noch schnell zurück. Hier hinten noch. Yeah, das war mal aufregend. Warte, das war sehr aufregend. Ha, der Typ rennt mal nach. Idiot. Lauf, lauf. Der Typ ist schon irgendwie sexy. Mit seinem toten Bären auf dem Kopf. Halt, das ist ein langer Weg. Nichts. Da kann ich noch nicht hin. Rennen. Lauf, lauf. Lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Wann will die Shooter nicht mehr befreundet sein? Wann will die Shooter nicht mehr Freunde sein? So, das ist mein Herz. Das ist der Schneemann, der ist jetzt tot. Was her schießen wir ab? Okay, bla bla bla. Und wir betreten Koopa Keep. Schnell, 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 los. So, Cartman, hallo. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A Carrier Raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? Oh, God, not the Bard. The Bard is a level 10 Drow Elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Warum? Ach. Du hältst so ein P bei perfekten Angriffen auf ein brennendes Ziel. Kann ich brennende? Ja, kann ich sogar. Kann ich sogar. Ich werde einen Kampf mit dem und einen Kampf mit dem machen und dann schauen, was passiert. Was ist das? Ein perfekter Angriff verschafft der ein P steigert deine Maximum P um 1. Okay. Aber das ist doch viel besser. Also kriege ich 2 MP jede Runde und das ist einer. Nein, ist egal. Macht überall. Feuerschaden ist 15%. Minus 10% Schaden am Blocken. Ist nice, ist nice. Okay. Das bedeutet, wir werden das hier wieder weggeben. So. Wir werden das hier drauf geben. Oh, 2 sogar. 2. Dann können wir das hier auch weggeben. So, weil bitte bald werden wir eh nicht viel machen. Nein. So. Das ist einfach 2 Sockel. Okay, Leute. Ich würde sagen, wie es weitergeht und was wir im nächsten Part erleben und was wir überhaupt erleben. Und blablabla, da sind wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst deine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao.